wunderschönen guten morgen heute haben wir t-shirts für euch im angebot ist der winter am kältsten ist der sommer am nächsten da könnte man sagen wenn es jetzt kalt ist dann kann es nur noch wärmer werden und dann ist wieder t-shirt wetter angesagt ja und da kann man zum beispiel dieses geile nirvana t-shirt tragen das passt mir jetzt nicht hier aber so eins habe ich auch zu hause auf jeden fall aber ein xl natürlich seht ihr ja wir haben ja von mini von s bis zweimal xl oder hauptsächlich sind hier also band t-shirts von film hammer t-shirts black sabbath war da eben wie gesagt sind viele metal t-shirts auch ein main wenn ich glaube ecdc slipknot und sowas und dann haben wir hier unten vor sich da steht eine kiste fall nicht hier haben wir zum beispiel star wars onkel joda ist dabei boba fett das cool und der ist der gutste der ist jubber so eins brauchst du auch die kosten sonst 18 euro mit 20 prozent rabatt heute kriegt dafür 14 euro 40 das hast du aber gut ausgerichtet ja ja hättest du nicht geschafft hast du noch etwas zu sagen nee an die welt da draußen an die kalte die kosten 1990 also ja quasi 16 euro ok das war es auf die schnelle morgen gibt es wieder was schönes für euch